Moin, willkommen zur mittlerweile sechsten Folge der Dwarf Fortress Tutorial Reihe. Vielleicht, wenn du dich bereits etwas mehr mit Dwarf Fortress auseinandergesetzt hast, ist dir im letzten Video aufgefallen, dass ich bei der Vorstellung der wichtigsten Menüpunkte einen vergessen habe zu erwähnen. Und zwar, wie die Lagerung von Gegenständen funktioniert. Das habe ich mir für dieses Video aufgespart und möchte es nun im Detail behandeln. Ich bin Markus und gleich nach dem Intro geht's los. Die Lagerung von Gegenständen kann man ganz trivial und chaotisch angehen oder von Anfang an etwas Systematik mit reinbringen. Ich werde hier beide Möglichkeiten behandeln. Das heißt, einmal die schnelle und einmal die etwas durchdachtere Version. Einerseits ist es möglich, einfach einen zentralen Lagerplatz für alles zu erstellen. Die Zwerge bringen alles dorthin, was sie so finden und jeder holt sich, was er braucht. Das ist easy, mag am Anfang auch gut klappen, allerdings wird man schnell merken, was sich so alles auf einem Lagerplatz anhäufen kann. Die Mengen werden immer größer, es wird unübersichtlich. Mit dem Größerwerden der Festung werden die zurückgelegten Wegstrecken immer größer und damit alles etwas ausgebremst und ineffizierter. Da ist es besser, dedizierte Lagerstätten zu erstellen, welche immer einen bestimmten Zweck erfüllen und möglichst nah an der Stelle sind, wo etwas benötigt wird. Das kann man sogar noch mal etwas tunen, indem man Restriktionen auf dem Lagerplatz festlegt und sie untereinander verkettet, in der Logistik auch als Pickingplatz und Nachschublager bekannt. Oder sie sogar mit Workshops verbindet und damit Rohprodukte von produzierten Fertigerzeugnissen trennt. Lagerplätze können zudem mit Containern, also Fässern, Truhen und Kaschen gefüllt werden, welche wiederum allerhand herumliegende Dinge beinhalten können, um Lagerplätze zu sparen. Es kann und sollte allerdings konfiguriert werden, dass nicht alle vorhandenen und produzierten Fässer für die Lagerung verwendet werden, da sie dann zum Beispiel nicht mehr fürs Brauen zur Verfügung stehen. Pro Lager kann zudem festgelegt werden, wie viele Behälter hier maximal eingesetzt werden dürfen. Ebenfalls wird auf der Lagerebene festgelegt, wie viele Schubkarren benutzt werden sollen oder dürfen. Hier muss man ganz vorsichtig sein. Erstens ermöglicht eine große Anzahl an Schubkarren natürlich, dass die Gegenstände schnell von A nach B transportiert werden. Jedoch benötigen die Schubkarren selbst auch noch einen Lagerplatz. Zweitens gibt es bei wenigen Schubkarren, die damit natürlich auch weniger Platz benötigen, weniger parallele Warenbewegungen. Noch ausstehende Transporte werden aber nicht manuell ohne Schubkarre transportiert. Das heißt, haben wir den Lagerort nur für eine einzige Schubkarre konfiguriert, wird sich auch nur ein einzelner Zwerg mit dem Transport von und zu diesem Lagerort befassen. In vielen Fällen ist es daher schlau, die Nutzung von Schubkarren vollständig zu untersagen, sodass alle Zwerge, die schleppen dürfen und gerade nichts zu tun haben, sich parallel darum kümmern können. Das ist besonders interessant, wenn es gilt, große Mengen in kurzer Zeit zu bewegen, wie zum Beispiel beim Handeln oder dem Aufbau von größeren Strukturen wie Schutzmauern. Im Hauptmenü wird mit der Taste P das Stockpile bzw. das Lagermenü aufgerufen. Hier sieht man schon direkt die verschiedenen vorgefertigten Lagertypen. Keine Angst, diese können alle im Nachgang noch nach Belieben verändert werden. Kleiner Hinweis am Rande, den Graveyard, also einen Lagerplatz, als Friedhof zu verwenden, kann man machen, ist aber eine unglaublich schlechte Idee. Wie viele andere auch, möchten Zwerge ganz gerne ordentlich begraben und nicht auf ein Massengrab geworfen werden. Sonst kann es durchaus vorkommen, dass sie deine Festung wieder als Geistheim suchen. Davon sollst du also tunlichst die Finger lassen. Ein zweiter Tipp, wenn du ein Lager mit Essen hast und sich dort Ratten befinden, dann weisen sie im Lagerplatz doch einfach ein paar Katzenzufall, zu welcher hast. Wie das funktioniert, werden wir aber in einem anderen Video behandeln. Wer nun vom ersten Moment an die volle Kontrolle über den Lagerort möchte, entscheidet sich für Custom Stockpile mit der Taste C. Konfiguriert werden kann der Lagerort vor der Festlegung seiner Position mit der Taste T. Hier können alle nur erdenkbaren Gegenstände auf meist drei Hierarchie-Ebenen zugelassen oder verboten werden. Die Hauptkategorie wird mit E oder D ein- bzw. ausgeschaltet. Ist deine Hauptkategorie einmal aktiviert, so können entweder mit A oder B alle Unterkategorien gleichzeitig aktiviert oder deaktiviert werden oder einzelne Kategorien jeweils mit P oder F. Auf unterster Ebene, also auf der Ebene der jeweiligen Gegenstände der Kategorie, kann diese einfach mit Enter aktiviert oder deaktiviert werden. So kann man relativ schnell einen gezielten Lagerplatz aufbauen oder, wenn man sich etwas verfranst, stundenlang den Lagerplatz durch Freischalten bestimmter Gegenstände konfigurieren. In den zusätzlichen Einstellungen, also den Additional Options, können übrigens organische oder nicht-organische Gegenstände zugelassen bzw. verboten werden. In der Standardeinstellung sind beide Kategorien zugelassen. Ich empfehle, beide wirklich immer eingeschaltet zu lassen, da es sonst manchmal zu seltsamen Seiteneffekten kommen kann und man lange nach dem Fehler sucht, warum manche Dinge derzeit einfach nicht eingelagert werden. Wenn man dann mit Escape wieder in den vorherigen Bildschirm zurückkehrt, können wir wie gewohnt mit dem Marker rechteckige Bereiche definieren, in denen unsere Lagerflächen erstellt werden sollen. Zwei weitere Einstellungen, die ich bereits erwähnt habe, finden wir auch noch in dem Stockpile-Menü. Die Einstellungen der reservierten Behälter, das heißt einmal Fässer und alle anderen Behälter, welche mit den Tasten Mal und Geteilt bzw. mit Plus und Minus eingestellt werden können. Im originalen und weitgehend unveränderten Draw Fortress ist die Einstellung der anderen Behältnisse, also der Bins, welche Taschen und Truhen beinhalten, unerheblich. Die Fässer hingegen sind sehr wichtig. Wenn die reservierten Fässer auf Null stehen, werden sie alle direkt zum Einlagern von Samen und anderen Dingen verwendet. Dem Brauer bleiben so aber keine leeren Fässer mehr übrig. Damit wird das Brauen unmöglich und das gesamte Zwergenvolk verdurstet jämmerlich, was ich selbst leider schmerzlich durch eigene Erfahrungen lernen musste. Hast du nun einen Lagerort erstellt, kann er anschließend aus dem Hauptmenü heraus mit Q konfiguriert werden. Hier findest du mit der Taste S nun die gleichen Einstellungen wieder, die wir beim Erstellen des Lagerplatzes schon genutzt haben. Aber nicht nur das. Du kannst auch einstellen, wie viele Fässer und sonstige Behälter maximal in diesem Lager untergebracht werden dürfen, damit nicht jeder Platz damit belegt ist. Dann kommt die überaus wichtige Einstellung der Schubkarren. Wenn du nicht einen Plan hast, mit einer bestimmten Anzahl von Schubkarren dieses Lager bewirtschaften zu wollen, solltest du, besonders bei einer neuen Festung, diese Einstellung immer auf Null setzen, sonst wirst du vermutlich ziemlich stark ausgebremst. Ab dieser Stelle geht es dann ins Eingemachte, nämlich die Verlinkung von Lagerplätzen und Workshops. Mit T kannst du Quellen für das Lager festlegen und mit G die Ziele für die Belieferung. Die ausschließlichen Quellen können mit A bei Bedarf ein- und ausgeschaltet werden. Zur Demonstration, wozu es eingesetzt werden kann, habe ich ein relativ komplexes Beispiel in einer aktuellen Festung von mir. Ein Holzofen, ein Schmelzer und ein Schmied sollen in einer Supply Chain miteinander verkettet werden. Ich habe einen Lagerplatz, welcher Holz für den Holzofen bereithält. Dieses Lager hat als Quelle mein allgemeines Holzlager als Nachschublager und wird dementsprechend immer wieder neu aufgefüllt. Der Holzofen bekommt das Holz, verbrennt es und stellt damit Kohle her. Diese Kohle landet auf einem separaten Lagerplatz. Von der Kohle bedienen sich Schmelze und Schmiede. Die Schmelze nimmt sich jeweils diese Kohle und etwas Metallers vom Erzlager und stellt daraus Metallwaren her, welche wieder auf einem speziellen Lagerplatz landen. Der Schmied wiederum bedient sich wieder dieser Metallwaren und der Kohle auf dem anderen Lagerplatz und stellt Waffen oder Rüstung her, welche final auf dem Platz für Metallfertigerzeugnisse landen. Du fandest, dass das letzte Beispiel vielleicht doch etwas viel für den Anfang war? Jep, dem kann ich nur zustimmen. Aber es zeigt dennoch, mit welcher Genauigkeit der Wagenfluss in der Festung gesteuert werden kann, wenn man möchte. Ich hoffe, dass dir das Video jetzt umfassendes Verständnis über Lagerplätze gegeben hat und ich dich damit vielleicht sogar zu einem Daumen nach oben oder einem Abo bewegen konnte. Das Thema des nächsten Videos werden Workshops sein. Die generelle Herstellung von Gegenständen im Detail, Workshop, Profile und wie ein Manager dabei unterstützen kann. Auch kein ganz so einfaches Thema, aber vielleicht freust du dich genauso wie ich darauf. Bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung. BR 2018